Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute eine neue Heilmethode vorstellen, die Ihre Ursprünge allerdings aus längst vergangener Zeit herleitet. Diese Methode heißt Grippen und es ist eine traditionelle Heilmethode gegen Gelenkschmerzen, gegen Gelenkschmerzen jeglicher Art. Sie wurde ausgeübt von den alten Knochendoktoren unseres Volkes in einer Zeit, als die medizinische Betreuung der Bevölkerung noch in den Händen von Laien oder Naturheilern lag. Durch einfache Dehnung oder Reizung der Sehnen und der Gelenkhäute wird ein optimaler Effekt im Sinne von Schmerzminderung erreicht. Diese Methode hat sich bewährt sowohl bei entzündlich bedingten Schmerzen als auch bei Abnutzungserscheinungen der Gelenken oder posttraumatischen Zuständen. Diese Methode wurde zu einem modernen Heilsystem von mir ausgebaut, nachdem ich sie vor ca. 40 Jahren während einer zweijährigen Lehrzeit bei verschiedenen Laienheilern des Alpenraums kennengelernt habe. Skrippen ist seitdem eine sehr erfolgreiche Methode gegen den Gelenkschmerz. Die Methode als solche ist leicht zu erlernen und ermöglicht bei ihrer Anwendung eine schnellstmögliche Linderung oder Beseitigung von Gelenkschmerzen jeglicher Art. Die Seminare selbst sind im Wesentlichen praktisch orientiert und bedürfen außer einer gewissen Sensibilität in den Fingerspitzen keinerlei Voraussetzungen. Außer vielleicht dem Wunsch, schmerzgeplagten Patienten oder Menschen helfen zu können. Weitere Informationen über diese Seminare entnehmen Sie bitte meiner Homepage wie folgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017